Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial von Next Gaming Evolution. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr euch ein CSS-Game-Server auf gegnersuche.de leiden könnt. Ja, ihr beginnt damit, indem ihr auf www.gegnersuche.de geht. Den Link werde ich auch nochmal in der Beschreibung posten. Und dann seid ihr auf der Startseite. Dann klickt ihr hier auf Registrieren. Hier beim Nutzername, gebt ihr euren gewünschten Nutzername ein. Ich mache jetzt mal hallo 988, 988, e-mail peking at nextgamingevolution.de Und hier dann den Code eingeben, wo da oben steht. Bei mir in dem Fall P, X, P, T, F, 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 M, S, T. Und ja, schreiben würde ich das Buchmodell eingeben. Dann klickt man hier auf Registrieren. Jetzt wird euch ein Passwort und die Bestätigungs-E-Mail per E-Mail, also zu eurer E-Mail hingeschickt. Die wird jetzt bei mir auf Gmx weitergeleitet. Hier ist es auch schon. Ja, hier ist jetzt mein Passwort. Das kopiere ich mir einfach, klicke auf den Link. Gebt mein Benutzername ein. Hallo 988, Passwort einfügen, anmelden. Passwort speichern, ja. Und jetzt könnt ihr auch noch euer Passwort ändern, indem ihr auf meine Account Daten ändern geht. Dann könnt ihr hier das Passwort ändern. Macht aber jetzt jetzt net. Und dann, wenn ihr einen Server-Line wollt, geht ihr einfach hier oben auf Server-Line. Dann steht hier Game-Server-Line. Jetzt Line. Ah, da sieht man nochmal, dass es zwei Stunden online ist, kostenlos. War-Mode-On und keine Wartezeit. Ja, jetzt Line. Dann wählt ihr hier das Spiel aus. Entweder Counter-Strike 1.6, Counter-Strike oder Call of Duty 4. In meinem Fall jetzt Counter-Strike Source. Wie viele Slots der Server haben sollte, muss. Ich bleibe jetzt einfach mal zwei Slots, weil ich sie ja eben brauche. Dann das Server-Passwort wählen. Hallo. Das Aircom-Passwort. Auch Hallo. Dann jetzt, äh, dann klickst du jetzt, äh, klick dir jetzt auf jetzt Line. Und ja. Äh. So, 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 warte. Bis der aktiviert, äh, da müssen wir den Aktivierungs-Link hier oben an ein Freund. Moment. Äh, muss man das an ein Freund von Sys schicken. Der muss dann auf den Link klicken, damit das Server aktiviert wird. Äh, zum Beispiel jetzt. Ich schicke das jetzt mal. Äh. äh, ja, ok klick mal bitte dort ja dann muss ich mal gucken, ob er mit F5 mal Zeit aktuiert sehen, ob er schon draufgeklickt hat oder nicht Zeitnet schicke ich es noch an na na klick mal kurz, bitte ah, jetzt hat er mit draufgeklickt, der ist ja aber wird nun gestartet äh jetzt bekommt man die ganzen Infos und äh, unter gameserver der ist also gameserver äh, gameserver gute frage äh hier das ist jetzt die server ip passwort ist hallo und das server passwort auch jetzt können wir jetzt das kopieren steam server server favoriten server hinzufügen einfügen spiel 90 adress suchen und voilà ihr habt den server geliehen jetzt könnt ihr den server hinzufügen erneuern dann dann den server suchen hier das passwort ist hallo und drauf join ja ok das war's eigentlich schon danke fürs zugucken und hoffe ich konnte euch helfen ja und falls ihr einen clan sucht mutigame clan sei es css lol cod oder ein anderes game könnt euch ja bei uns bewerben auf www.nextgamingevolution.de ok